Jetzt bei Anwälte im Einsatz. Liz Hafort ist mit Leib und Seele Tattoo-Künstlerin. Doch jemand will sie beruflich in die Knie zwingen. Bernd Römer kämpft für sie. Alles okay? Nee, natürlich ist gar nichts okay. Du hast mir das falsche Tattoo gestochen. Ach, einen Anwalt hast du dir genommen. Den wirst du jetzt auch ordentlich brauchen. Ich hab mich infiziert. Ich habe die Departitis C. Frau Droste, jetzt ist Schluss mit lustig. Ich wäre ganz vorsichtig, solche Behauptungen in die Welt zu setzen. Ich kann's immer nur nicht fassen, dass mich der Alter wirklich angezeigt hat, ne? Ich mag's doch gar nicht glauben. Ich weiß ja, wie du arbeitest. Ich bin Schröder vom Gesundheitskampf. Wir haben hier einen anonymen Hinweis bekommen, dass hier unsteril gearbeitet wird. Ich bin hier das Opfer. Ich. Sie sind dabei, die berufliche Existenz zu zerstören. Und davor möchte ich Sie eindringlich warnen. Liz Harford ist seit ihrer frühesten Kindheit fasziniert von Tattoos. Die 35-Jährige besitzt zudem ein ausgesprochenes Zeichentalent. Ihre Berufswahl lag damit nahe. Tattoo-Künstlerin. Vor zehn Jahren hat sich die Berlinerin dann ihren Traum erfüllt und ihr eigenes Studio eröffnet. Bislang hat Liz gut davon leben können. Doch auf einmal steht ihre Existenz auf dem Spiel. Wir haben schon geschlossen. Ah, hey, du. Warst du vorhin schon hier? Ja. Alles okay? Nee, natürlich ist gar nichts okay. Wie, ist gar nichts okay? Ey, du hast mir das falsche Tattoo gestochen. Falsches Tattoo? Ja, hier, guck dir das doch mal an. Was soll denn das? Das hast du mir doch vorgelegt. Ich hab's genauso gestochen, wie du mir gezeigt hast. Nein, hier. Das ist das, was ich haben wollte. Ein Herz mit Ornamenten und nicht so ein Clown. Ein Herz mit Ornamenten. Das sehe ich heute zum ersten Mal. Ich weiß doch selber, was ich auf meinen Körper haben möchte. Bestimmt nicht so eine Scheiße. Weißt du was? Ich werde dich verklagen wegen Körperverletzungen. So, tschüss. Äh? Hallo? Ich weiß nicht, sind hier versteckte Kameras oder was? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Was war mit ihr bitte nicht in Ordnung? Ich hab ihr genau das tätowiert, was sie haben wollt. Und dieses Herz hab ich noch nie gesehen. Ich hoffe nur, das handelt sich um einen schlechten Scherz, weil sowas find ich überhaupt nicht lustig. Die Drohung von Liz Kundin ist kein böser Scherz. Nicola Droster hat tatsächlich Strafanzeige wegen Körperverletzung gegen die Tätowiererin erstattet. Als die Polizei sie am nächsten Tag darüber informiert, wendet sich Liz deshalb sofort an Rechtsanwalt Bernd Römer. Die Geschichte ist eigentlich die, dass Sie einer Kundin ein ganz anderes Motiv gestochen haben sollen, als das vorher vereinbart war. Aber das stimmt überhaupt nicht. Das ist absoluter Bullshit. Ich würde niemals einer Kundin oder einem Kunden irgendein Motiv stechen, was da nicht hingehört. Niemals. Sie haben also explizit nochmal bei ihr nachgefragt, dass... Ja, natürlich. Ich hab gesagt, möchtest du dieses Motiv wirklich haben? Das ist eine Clownstratze, die passt überhaupt nicht zu ihr. Und deswegen hab ich wirklich nochmal nachgefragt, soll es dieses Tattoo sein? Sie hat gesagt, ja, und ich hab natürlich ihr das gestochen, weil der Kunde ist König, kann ja nicht sagen, nee, mach ich nicht. Ja, aber jetzt kommt die Frau Droste, wie Sie mir gesagt haben. Und die Frau Droste sagt, das war alles ganz anders. Ich weiß nicht, was mit ihr nicht in Ordnung ist, aber sie hat ein Herz aus der Hose rausgeholt, ja? Das hätte sie wohl haben wollen. Und ich hab hier was völlig Falsches gestochen. Ich hab dieses Herz in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Von dem Herz war nie die Rede. Gut, dann kann man Missverständnis wirklich mal ausschließen, schlichtes Missverständnis. Zwischen einer Clownsfratze und einem kleinen Herzchen liegen ja nun wirklich Welten. Es ist gut, dass Sie hier sind, die Strafanzeige müssen Sie auf jeden Fall ernst nehmen. Das hat ja möglicherweise auch Konsequenzen für Ihre Gewerbeerlaubnis, also für Ihre Existenz. Totale Katastrophe. Ich meine, es geht auch um meine Berufsehren. Ich bin seit zehn Jahren in diesem Job. Ist das wirklich eine Körperverletzung von wegen Falsches Motiv? Also wenn es jetzt falsch wäre, ist es doch keine Körperverletzung, oder? Also jede Tätowierung ist eine Körperverletzung, genauso wie ein ärztlicher Eingriff auch immer eine Körperverletzung ist. Aber das Ganze ist dann nicht strafbar, wenn eine Einwilligung vorliegt. Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn da ein ganz anderes Motiv gewählt wird, das zum Beispiel auch noch größer ist. Das heißt, da wird ja mehr Hautoberfläche irreversibel, ich sag mal, verschönert. Das liegt ja im Auge des Betrachters. Auf jeden Fall sind die Schmerzen auch größer. Das ist dann möglicherweise nicht mehr durch eine Einwilligung gedeckt. Das wäre eine Körperverletzung, vielleicht sogar eine gefährliche Körperverletzung. Das ist unglaublich, weil es ist nie passiert, was sie schildert und das, was soll ich denn jetzt machen, geht nicht. Gut, wenn sie das so gesagt hat, dann ist das eine Einwilligung, dann ist es natürlich keine Körperverletzung. Das müssten wir idealerweise beweisen. Gibt es da irgendwie Zeugen? Waren da andere Kunden im Geschäft? Nee, Kunden waren nicht im Laden, aber meine Auszubildende Caro, die war anfangs jedenfalls mit dabei. Die hat aber früher Feierabend gemacht, aber die könnten wir direkt befragen. Die ist nämlich jetzt im Laden und hält die Stellung für mich. Wir können sofort von mir aus gerne rüber und mit Caro katschen. Wir sollten das tun, unabhängig davon, wie lange sie da war. Vielleicht hat sie ja doch was mitbekommen. Würde ich sagen, lassen Sie uns einfach mal gehen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass sich diese doch sehr eigenartigen Vorwürfe gegen meine Mandantin sehr schnell in Luft auflösen werden. Wenn wir eine Zeugin finden, die die Version von ihr bestätigt, geht es umso schneller. Selbst wenn das nicht der Fall sein sollte, gehe ich davon aus, dass diese Anschuldigungen von der Frau Droste nicht haltbar sein werden. Liss Tattoo-Studio ist nur 10 G-Minuten von Bernd Römers Kanzlei entfernt. Die 35-jährige Studiobesitzerin kann es nicht erwarten, ihre Auszubildende zu befragen. Denn Caro Fischer ist die einzige Zeugin. Liss hofft inständig, dass die 22-Jährige für sie aussagen kann. Ja, ich habe versucht, dich anzurufen. Warst du denn? Ja, sorry. Ich habe einen wichtigen Termin gehabt und habe gleich mal meinen Anwalt mitgenommen. Hallo, freut mich. Was heißt Anwalt? Hast du Schwierigkeiten? Was ist passiert? Ja, wir hoffen ehrlich gesagt, dass sie keine Schwierigkeiten hat. Aber das kriegen wir jetzt vielleicht ein bisschen raus, wenn wir uns mit ihnen unterhalten haben. Pass auf, gestern war da eine Kunde bei mir im Laden. Du warst auch noch da. Das war kurz bevor du abgehauen bist. Hast du irgendwas von ihr mitgekriegt, gehört oder sonst irgendwas? Das Ding ist, ich habe Feierabend gehabt und da kam die Kunde nochmal rum. Und sie meinte, sie hätte gerne doch ein Herz gehabt mit Ornamenten anstatt eine Klauensfratze, die ich ihr tätowiert habe. Und ich brauche jetzt Hilfe und Zeugen und deswegen kannst du irgendwas darüber sagen? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ist das so ein ganz allgemeiner Kommentar oder was haben Sie da genau mitbekommen? Könnten Sie mir das nochmal erklären, bitte? Ja, ich habe was mitbekommen und zwar, ich habe mich kurz mit der Kundin unterhalten und die hat zu mir gesagt, sie möchte sich gerne ein Herz tätowieren lassen und keine geklauen. Wie bitte? Ich bin doch nicht auf der Wurstpelle, Herr Schwummen. Jetzt machen wir mal ganz ruhig, alles klar. Es ist halblich sein. Kommen Sie mal mit, kommen Sie mal. Ich kann auch nur sagen, was ich weiß. Alles gut, alles gut. Vielen Dank, vielen Dank für die Info. Hören Sie mal zu. Jetzt hören Sie mal zu, bitte mal. Ihre Angestellte hat nicht mitbekommen, dass Sie mit Frau Droste gesprochen haben und was Sie da besprochen haben. Die hat auch nicht mitbekommen, als Sie dann die Tätowierung durchgeführt haben. Da war die ja nicht mehr dabei. Ihre Angestellte hat nur mitbekommen, was die Frau Droste ihr erzählt hat, sonst nichts. Ja, so habe ich es auch noch nicht gesehen. Das hat sie uns jetzt so wiedergegeben. Wie ist denn Ihr Verhältnis zu ihr im Allgemeinen? Da ist alles in Ordnung. Also Ihr Ausbildungsvertrag läuft langsam aus und ich weiß halt nicht, ob ich sie übernehmen kann, aber sonst ist gar nichts. Gut, dann gibt es jetzt auch überhaupt keinen Grund, da irgendwas dran zu ändern. Keine personellen Konsequenzen. Würde ja alles gar keinen Sinn machen. Wissen Sie, es kann gut sein, dass die Caro von der Frau Droste auch getäuscht worden ist. Ganz bewusst. So, also das müssen wir rauskriegen, wir müssen rauskriegen, was mit der Frau Droste los ist. Das ist das ganz große Rätsel. Ich kümmere mich darum, Sie machen sich nicht allzu viele Sorgen um die Anzeige, denn es steht Aussage gegen Aussage. Also die steht auf sehr wackeligen Füßen. Okay, also fangen Sie erst mal runter. Ich melde mich, sobald ich was weiß. Alles klar, danke, tschüss. Natürlich kann ich Caro eigentlich nicht übel nehmen, was die Droste ihr erzählt hat. Aber es macht mich schon wütend, vor allem weil es meine ganze Existenz gefährdet. Und das geht gar nicht. So viel Pech Liz im Beruf hat, so viel Glück hat sie in der Liebe. Seit zwei Monaten ist Liz Haferd frisch verliebt und schon kurz darauf bei ihrem neuen Freund Timo Brenner eingezogen. Der 39-jährige Werbetexter kennt Liz Problem mit dem vermeintlich falschen Tattoo bereits und macht sich große Sorgen. Hi, Engel. Hi, Schatz. Grüß dich. Siehst du gar nicht gut aus? Nee, mir geht es auch nicht gut. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass mich der Alter wirklich angezeigt hat. Ich mag es sogar nicht glauben. Ich meine, ich weiß ja, wie du arbeitest. Ja, deswegen. So gründlich und sorgfältig, warum soll dir so ein krasser Fehler an der Laufen? Ja, eben. Aber weißt du, wenn Caro der sogar schon auf den Leim geht? Ach, Caro. Alter, das Caro so erzählt. Und das vorher. Wichtig ist, dass der Anwalt dir glaubt. Was das auch immer für eine Tussi ist. Die will dir aus irgendeinem Grund ans Bein pinkeln. Aber glaub mir, mit so einer schrägen Nummer kommt die nie und nimmer durch. Ja, ich bin froh, dass ich dich hab. Und das bleibt auch so. Ja. Das ist eine Bekloppte, die einfach nur rumspinnt. Das hat sich bald erledigt. Ja, aber weißt du, da ist ja dann noch die Konkurrenz am Kiez. Und die macht mir auch ein bisschen Sorgen. Weißt du, meine Kunden werden auch weniger. Und wenn so ein Gerücht die Runde macht, dann bleibt sowas hängen wie Kacke am Schuh. Ja, das muss es ja nicht unbedingt. Was auch immer diese Tussi vorhat. Wir müssen darauf achten, dass sich die Lügen nicht rumsprechen. Aber jetzt entspannen uns mal ein bisschen, relaxe und trinken Weinchen. Dann sieht die Welt schon ganz anders aus. Ich werde mir auf jeden Fall ein Bad erst mal einlassen. Das ist eine spitzen Idee. Ich weiß halt besser als jeder andere, dass sich die Alte diesen Mist nur ausgedacht hat. Und Gott sei Dank habe ich Timo, der mich unterstützt und mich ein bisschen aufbaut. Aber ich mache mir schon Sorgen um den Laden, weil das ist mein Baby, mein Ein und Alles. Und das darf mir keiner kaputt machen. Liss Hoffnung, dass sich die geschäftsschädigende Geschichte in Luft auflöst, wird nur vier Tage später zur Nächte gemacht. Die 35-Jährige hat eine Vorladung von der Polizei erhalten und deshalb ihren Anwalt Bernd Römer zu sich ins Studio gebeten. Ich sehe da noch nicht ganz durch. Ich kriege da jedenfalls Panik, wenn ich das lese. Darf ich mal sehen? Vorladung zur Vernehmung. Ja, okay, das habe ich mir gedacht, dass Sie die auch bekommen haben. Ich habe Akteneinsicht ja beantragt, wird mir die Akte durchsehen und dann werden wir eine Stellungnahme vorab schon mal abgeben. Das geht dann auch an die Staatsanwaltschaft. Da müssen wir mal sehen, ob wir hier überhaupt noch hinmachen, ob wir das dann auch noch wahrnehmen. Ich glaube, da kommt eine Kundin für Sie. Bitte, das ist ihr Schall. Das ist die Droste. Frau Droste? Das ist die Droste. Ah, ein Kunde? Sie sollten mal ein bisschen aufpassen, nicht, dass Sie hier noch geschändet rausgehen. Geschändet? Frau Droste, machen Sie sich mal um mich keine Sorgen. Ich bin gar kein Kunde. Ich bin der Anwalt von der Frau Hafort und ich finde es erstaunlich, dass Sie sich noch hertrauen. Aber schön, Sie mal kennenzulernen. Ach, einen Anwalt hast du dir genommen. Den wirst du jetzt auch ordentlich brauchen. Weißt du, wo ich gerade herkomme? Ich komme gerade vom Arzt. Ich habe mich infiziert. Ich habe sogar einen Attest dabei mit Hepatitis C. Das habe ich mir hier geholt. Sonst nirgendwo. Ich glaube, du hast ein bisschen zu nah an den Russland geschaukelt oder so. Also ich, Frau Droste, jetzt ist Schluss mit lustig. Ich wäre ganz vorsichtig, solche Behauptungen in die Welt zu setzen. Entschuldigung, was weiß ich, woher Sie sich eine solche Krankheit geholt haben? Na, meinen Sie, ich mache damit einen Spaß? Ich bin völlig runter mit den Nerven. Auch wenn Sie hier irgendeinen Attest haben, bei meiner Mandantin haben Sie sich nicht infiziert. Meine Mandantin beachtet die Hygienevorschriften penibelst genau. Wäre dem anders, hätten sich auch andere Kunden infizieren müssen. Es ist kein einziger Fall bekannt. Nur Sie kommen jetzt um die Ecke. Hiermit. Vielleicht melden die sich ja noch. Auf jeden Fall wird es jetzt richtig teuer für dich. Frau Droste, für Sie auch, ich wäre an Ihrer Stelle vorsichtig. Vergessen Sie ja, Test nicht. Am besten raus, sonst verheirrt es nicht. Wiedersehen. Ganz schnell. Das ist natürlich ein ganz erheblicher Vorwurf. Nur, ich glaube das nicht. Mich wundert das. Wieso kommt die mit einem Attest hier rein? Verstehen Sie das? Und beweisen, tut das Attest im Endeffekt überhaupt nichts. Das beweist, hat mit Ihnen gar keinen Zusammenhang. Trotzdem werde ich mich da mal hinterhängen. Irgendwas stimmt da nicht. Es wird immer schlimmer, was die Frau Droste jetzt an Behauptungen in die Welt setzt. Und die Behauptung, sie hätte sich hier mit Hepatitis C infiziert, würde den Schuldvorwurf meiner Mandantin gegenüber ganz erheblich erhöhen. Irgendwas stimmt aber mit der Sache nicht. Wer lässt sich denn direkt nach so einer Diagnose einen Attest ausstellen, um dann hier hinzukommen und meiner Mandantin das unter die Nase zu halten. Also, ich bin da sehr skeptisch. Trotz der angeblichen Hepatitis-Infektion hält Liz in ihrem Laden tapfer die Stellung. Doch sie hätte ihn ebenso gut schließen können, weil sich kein einziger Kunde blicken lässt. Das Gerücht, die Tätowiererin arbeite unsauber, macht inzwischen die große Runde. Hallo. Hallo. Tag, Schröder vom Gesundheitsamt. Wir haben einen anonymen Hinweis bekommen, dass hier unsteril gearbeitet wird. Anonym? Kann ja nur Frau Droste gewesen sein, oder? Ich kann mich dazu nicht äußern. Ist ja unfassbar. Könnte ich mich hier bitte mal ein bisschen umsehen? Ja, bitteschön. Kommen Sie kurz alleine klar? Ich komme gleich nachher. Ja, ich rufe schon mal. Ja? Okay. Angesichts der anonymen Anzeige beim Gesundheitsamt bittet Liz ihren Anwalt um schnelle Unterstützung. Denn der Inspekteur vom Gesundheitsamt ist befugt, ihr Studio gegebenenfalls sofort zu schließen. Sofern er bei seiner akribischen Suche etwas findet. Bernd Römer ist zur großen Erleichterung von Liz nur ein paar Minuten später zur Stelle. Grüß Sie. Schönen guten Tag. Guten Tag. Lassen Sie, lassen Sie. Hätten sich wegen dir keine Anschauern ziehen müssen. Hallo, Entschuldigung. Was gibt's denn? Hallo. Ja, das ist mein Anwalt. Grüß Sie, guten Tag. Ich bin Herr Schröder vom Gesundheitsamt. Freut mich. Oh, einen Anwalt. Haben Sie gleich einen Anwalt dazugezogen, aber... Ja, na, ich denke mal, die anonyme Person, wie gesagt, kann ja nur Frau Droste sein und das zählt. Also keine Routinekontrolle hier, sondern Sie sind auf einer Anzeige erschienen. Ich bringe einen anonymen Hinweis hierher, komm, ja, und ich muss sagen, also ich bin jetzt auch schon durch und Sie kriegen noch einen schriftlichen Bericht zugeschickt, aber ich kann Ihnen vorneweg schon mal sagen, also sieht eigentlich sehr sauber, sehr gut aus. Ich habe jetzt nichts zu beanstanden. Sehr gut, dann sind Sie froh. Aber das ist doch wunderbar. Wenn Sie nichts gefunden haben, das bekommen Sie ja noch schwarz auf weiß und den Bescheid vom Gesundheitsamt, den blasen Sie so groß auf und den hängen Sie dann ins Schaufenster, dass den jeder sieht, wenn er nur vorbeiläuft. So, die beste Werbung für Sie. Ich werde mich verabschieden, weil ich habe noch viel zu tun. Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, schönen Tag noch, ja? Ja, Ihnen auch. Danke schön. Ey, Herr Römer, ganz ehrlich, irgendwie steht es mir bis hier. Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich, auch wenn das jetzt gut gelaufen ist, so geht es nicht weiter. Also wir müssen wirklich dieser Frau Droste Einhalt gebieten und das werde ich jetzt auch mal juristisch angehen. Was die Frau macht, ist ja nicht mehr vertretbar, das ist eine üble Nachrede. Das ist sogar eine Verleumdung, wenn die das bewusst falsche Gerüchte in die Welt setzt und genau das macht sie. So, dagegen gehen wir vor. Die kriegt jetzt als erstes von mir eine strafbewehrte Unterlassungserklärung und ich würde ihr raten, dass sie die sofort unterschreibt und mir zurückschickt. Sonst kriegt die nämlich richtig Ärger. Darum kümmere ich mich jetzt. Also, hier ist ja alles gut gelaufen. So, wunderbar. Ich bedanke mich, dass Sie nochmal so schnell hergekommen sind. Ja, hat sich gerade gut ergeben. Ich muss noch direkt weiter. Also, Kopf hoch wird schon. Ich bin alleine raus, ja. Tue ich. Und Frau Droste kümmere ich mich. Tschüss. Alles klar. Tschüss, Herr Römer. Eine Woche später ist es um die Zukunft von Liss Haferts Geschäft noch schlechter bestellt. Die Kunden bleiben weiterhin aus und nun muss Liss auch noch schweren Herzens ihre einzige Angestellte ziehen lassen. Denn Caro Fischers Ausbildungsvertrag läuft aus und Liss hat kein Geld, um sie zu halten. Ich bin fertig mit Packen. Oh Mann, Caro, ey. Also, ja, es fällt mir echt schwer, dich ziehen zu lassen und ich hätte dich gerne hier behalten. Aber du weißt, mit dem Geld ist das nicht möglich. Oh Mann, lass, komm mal her. Ich habe schon was Neues, ja. Also, keine Sorgen machen. Echt, ja? Ja. Wo? Na, hier gleich in der Nachbarschaft, der neue Laden. Das ist nicht dein Ernst. Du willst mir gerade nicht wirklich sagen, du gehst zu meinem allergrößten Konkurrenten? Was soll ich denn machen? Ich muss auch zusehen, wie ich mit dem Arsch an die Wand komme. Ich muss zusehen, dass ich einen Kühlschrank vollkriege. Soll ich zum Arbeitsamt greifen, mich arbeitslos melden? Ich bitte dich, der zieht mir alle Kunden aus dem Laden. Siehst du hier irgendjemanden? Hättest du es anders gemacht? Es tut mir leid. Nee. Liss, ich wünsche dir was. Mach's gut. Sorry, aber langsam war das irgendwie Verrat für mich von Caro. Und ich weiß nicht, ich weiß ja auch, dass sie ihre Miete jetzt irgendwie zahlen muss. Ich kann sie ja auch verstehen. Aber doch bitte nicht zur unmittelbaren Konkurrenz. Und langsam glaube ich sowieso, die haben irgendwie was damit zu tun, dass mein Laden hier komplett den Bach runter geht. Liss hat sich für den nächsten Morgen mit Rechtsanwalt Bernd Römer verabredet. Denn die 35-Jährige glaubt nach Caros Wechsel zum neuen Mitbewerber fest an eine Verschwörung gegen ihr etabliertes Tattoo-Atelier. Auch ihrem Anwalt erscheint die These plausibel. Ich finde das ehrlich gesagt auch ein bisschen merkwürdig, dieser zeitliche Zusammenhang. Da eröffnet um die Ecke von Ihnen ein neues Studio. Dann taucht auf einmal die Frau Droste mit ihren irrsinnigen Anschuldigungen auf. Dann hetzt sie ihnen das Gesundheitsamt auf den Hals. Und jetzt wechselt auch noch ihre einzige Mitarbeiterin ausgerechnet zur Konkurrenz rüber. Also schon merkwürdig. Wer hat von diesem ganzen Theater eigentlich was, was da gerade bei Ihnen passiert? Der Einzige, der einen Nutzen daraus ziehen könnte, ist wirklich nur dieses Konkurrenzgeschäft. Ja, aber wir müssen natürlich vorsichtig sein. Ja, also mit solchen Behauptungen. Also Behauptungen in die Welt zu setzen, die Konkurrenz macht das, die steckt dahinter. Da wäre ich ganz, ganz vorsichtig. Ich würde trotzdem mal vorschlagen, Ihrem Konkurrenzgeschäft, den muss ich nochmal auf den Zahn füllen. Ich lasse mir da was einfallen. Das wäre ganz toll. Natürlich müssen wir jetzt in alle Richtungen überlegen. Andererseits möchte ich auch nicht, dass meine Mandantin sich da in irgendwelche Hirngespinste verstrickt, dass da irgendwelche Verschwörungstheorien auf einmal rumgeistern. Und das Einzige, was wir machen können, ist der Sache mal wirklich nachzugehen und zu gucken, ist da irgendetwas dran, was ihre Konkurrenz mit der ganzen Geschichte was zu tun hat. Liz lässt sich nicht unterkriegen. Die gebeutelte Unternehmerin veranstaltet zwei Tage später eine seit Wochen geplante Verkaufsaktion mit freigetränkten und günstigen Angeboten. Doch nach wie vor setzt außer Bernd Römer niemand einen Fuß in ihr Tattoo-Studio. Nächsten ist einer. Frau Afford, was ist das denn? Ja, Riesen-Wardy. Ist niemand da? Es ist kein Arsch gekommen. Das kann doch nicht wahr sein. Yep. So sieht es aus. Wenn das mal kein Zufall ist. Wieso kein Zufall? Wissen Sie was, ich bin gerade bei Ihrem Konkurrenzstudio vorbeigekommen. Und da stehen sich die Leute gegenseitig auf den Füßen. Tut mir leid, wenn ich Ihnen das sagen muss. Ihr Konkurrent hat Ihr Konzept eins zu eins übernommen. Der veranstaltet da heute einen Aktionstag. Da gibt es auch Getränke, da gibt es ein bisschen Schischi, da gibt es Aktionspreise. Und der Laden brummt da, leider. Das ist nicht Ihr Ernst gerade, oder? Ja. Das kann nur Caro gewesen sein. Sie ist die Einzige, die von meiner Aktion wusste. Genau heute an diesem Tag machen wir jetzt plötzlich auch Aktion. Wollen die mich alle verkackeiern? Ja, das kann gut sein, dass die Carolin das gesteckt hat. Das glaube ich ja jetzt nicht. Der Ette lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich gehe hier rüber, ist mir egal. Nein, 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 Sie bleiben jetzt hier. Sie bleiben jetzt hier. Kommt, ganz ruhig. Gehen Sie mal hier hinten hin. So, passen Sie auf. Das bringt jetzt überhaupt nichts. Wenn Sie da jetzt aufschlagen und ein Riesentheater machen, dann geht das nach hinten los. Das ist ein Schuss ins Knie. Soll ich das auf mir sitzen lassen? Ich kann die doch noch nicht machen lassen. Und ständig immer ins Rinnen. Wir müssen was für machen. Ich habe mal den Frenden da. Das ist ein ganz pfiffiges Kerlchen. Den schiebe ich da mal hin. Der soll den mal auf dem Zahn fühlen. Was da eigentlich los ist und was da abgeht. Das ist eine gute Idee. Das ist eine ganz große Enttäuschung für meine Mandantin. Das ist ein harter Schlag. Die Konkurrenz hat ihr Konzept kopiert und ist damit auch noch erfolgreich. Aber bevor wir da wirklich auf den Putz hauen, müssen wir wissen, ob an unserem Verdacht, dass die da mit drin hängen, was dran ist. Und deshalb werde ich meinen Referendar mal da hinschicken. Und der soll den mal wirklich auf dem Zahn fühlen. Das ist eine gute Idee. Alle outdoor-timeange.